nur noch sechs minuten green gegen die österreicher wird jetzt geben damit wird wohl nichts mehr mit der aufholjagd oliver setzinger draußen gefährliches spiel mit dem wohnstatt kann österreich nur noch ein eishockey wunder retten in der elite gruppe der top 16 nationen gut englisch, gut englisch, hab ein bier, hab ein bier, trinkt ein bisschen du sagst hakt, du gehst, du gehst, du gehst dann gab es zwei plus zwei minuten so, wegen einer verletzung des gegners ist der setzinger das heißt, von den verbleibenden vier minuten fünf minuten 40 spielte österreicher vier minuten zu viert fahrrad 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 fahrrad